so fischten glas zinn und fertig ist die engine antwort da jetzt den port furnace irgendwie so ein typ in dem tutorial ist einfach verbunden bei ihm geht das als hab ich die wendschülle weggepackt einfach mit dem tank verbunden mit dem mit der welt komisch komisch warte jetzt achso aber ich muss ja ich muss ja noch redstone runterpacken oh jetzt hab ich irgendwas kaputt gemacht ich wollte eigentlich nur einen redstone haben zack noch 200 mb und es ist so warm ich schwitze mich schon wieder kaputt war so unnormal ich muss eigentlich noch duschen gehen bevor ich ins bett gehe ja warum funzt das nicht aha es soll funzen ist so ich hab noch ich hab noch die 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 Und den Generator Vielleicht hier oben, weißt du? Ne, warte mal Ah ja, warte mal So geht's natürlich auch Hast du ne Wrench? Ich? Ne, Tobi Ah Nichts hat der Junge, nichts Jetzt muss ich mir extra noch Warte mal Ich mach dann den Generator Hier hin So Oder, Tobi? So Und Den MFE baue ich dann hier hin Gut, also was braucht man nochmal für Bronze Kupfer und Zinn Kupfer Und Zinn habe ich noch Wie viel brauche ich denn? Sechs Sieben Ne Acht Oder? Ich weiß es nicht mehr Ich mach einfach jetzt Acht Stück Ich hab es ja Ich So Das war jetzt so Okay, man braucht sechs Warum kann ich hier nicht hin? So So wollte ich das machen, weißt du? Boah, warum funktioniert das denn nicht? Das ist hier alles offen Nur wegen der Maschine Oh, scheiße Geht das so, Tobi? Kann ich das so lassen? Ein bisschen blöd, wa? Genau Aber warte mal Ich kann es ja anders machen Hast du noch was von dem Holz? Warte, ich hab noch Ich hab noch Boah, scheiße Dann nehme ich jetzt einfach normale Bladecraft Pipes So Jetzt ist alles versteckt Fällt auch gar nicht so auf Sieht man kaum Super Das sieht so geil aus hier Ja, das baue ich nochmal um Irgendwann Ich baue ja mein Haus Sowieso noch aus Dann bleibt der nicht so winzig So Jetzt hatte ich mir vorhin noch Welche gecraftet Wenn du nicht meine ganze Energie Verschwenden würdest, Tobi, ne? Könnte ich mir noch ein paar Dinger machen Aber nein Er verballert hier sein ganzes Iron In meinem Pulverizer Und brennt das auch noch In meinem Powered Furnace Das einzige Problem ist halt nur Wenn die Maschinen voll sind, ne? Mit Energie Und die Motoren laufen weiter Verballert es immer weiter Energie Das heißt, ich brauch Schalter Für die Dinger Ich muss da Schalter ranmachen Das dauert einfach so lange Diese Peps abzubauen Warte mal Nein Hä, was macht er denn jetzt? Hä? So, du meinst doch Du hast noch Wooden Conductive Pipes, ne? Ja Kann ich meinen, ne? Ja Ah, jetzt So, jetzt machen wir mal Redstone Torch weg Danke Was muss ich hier machen Bei Redstone? Disabled Ah, ist schon alles Disabled, okay Okay Da brauche ich nur noch Für den Pulverizer einen Schalter Aber da muss der Trichter weg Kannst du die Schalter auch drunter oder so machen? Ne, dann habe ich es aber einheitlich Da sind die Schalter immer oben drauf, weißt du? Du kannst auch alles mit einem Redstone eben verbinden Alles mit einem Schalter Ausnüssen Ja, das wäre zu leicht Ja, okay Das sieht doch stylisch aus mit den ganzen Schaltern Wie ein Raumschiff Sieht dann aus wie ein Raumschiff Ich brauche gar nicht Kontakte Ich brauche ja waterproof Ich bin da Aber das ist schon gut So, wie ich das gerade gemacht habe Weil da kann man Jede Maschinen einzeln bepowern, weißt du? Hm Also warum Funktioniert denn das bei mir nicht? Damn, sorry Hat es einfach verbunden Wie geht das? Der ist ja auch ein Cheater Glaube ich auch Ich gehe nochmal offline rum probieren Jo, das stimmt Das ist gar nicht so schlecht Was ich hier gebaut habe, Mann Ich bin richtig gut Oh, jetzt habe ich ein Kabel kaputt gemacht Ich bin richtig gut Jetzt kann hier wenigstens explodieren, ey Hallo? Hallo? Martin, was hast du zu machen? Äh Äh, MJ gedöhnt Irgendwas funktioniert da nicht? Ich kann diese, äh Diese Liquidduck nicht mit Mit dem Tank verbinden Obwohl das so ein Typ im Tutorial Konnte Oh, weil der gecheatet hat Oh Ah Herrlich Äh, in der Aufnahme passiert es gerade nicht viel, aber Das ist nun mal so, ne? Das ist nun mal so Dafür verpasst ihr nix Das war natürlich auch super Machst du jetzt immer noch was in meinem Pulverweiser, Tobi? Äh, ja Eisen Das, was da ist, ist jetzt der Eisen und Kupfer, ja? Ja, 10 fehlt noch So, warte mal Ich mach jetzt noch einen Hebel Und dann hab ich auf allen Maschinen eigentlich einen Hebel Außer auf dem Magma Crucible Aber den benutzen wir jetzt gerade nicht Und da ist auch noch gar kein Motor dran Nein Ja Perfekt Ich muss den Schalter da unten Oh, den krieg ich nicht mehr weg Den krieg ich nicht weg Lol, du baust mein ganzes Haus kaputt Und ich baue einfach nur ein Kabel weg Tobi ist voll der Zerstörer Äh, ja Äh, ja Noch 75 MB brauche ich Dann hab ich jetzt endlich Du hast jetzt ein Loch im Haus Boah, geht der eine Motor jetzt schon wieder nicht mehr? Tobi, was hast du schon wieder gemacht? Nichts Hier, der ist schon wieder aus Wieso geht der denn immer aus? Kein Treibstoff Ach ma, fuck ey Deswegen geht der immer aus Ja Ja, ich kann keinen Blaze Wars machen Du blockierst meinen Pulverweiser Pulverweiser ist ja schon fertig Ja? Ja Nice So So Ist so warm Alter, am Wochenende seien es wieder 40 Grad Wenn ich hab schon jetzt keinen Bock Am Wochenende Martin, frag heute mal, ob du kannst Ja, ich hab schon Und? Ähm Mein Onkel feiert der Geburtstag Aber ich weiß noch nicht, ob ich da hingehen muss Geh einfach nicht hin Dann frag mal Loris Was, Tobi? Dann frag mal Loris, ob der auch kann Warum geht denn das nicht, Alter? Äh, ich hab grad eine E-Mail bekommen, ne? Mr. Duff8 hat deine Videos auf YouTube abonniert Geil Müsste eigentlich Nummer 24 sein Wenn keiner sich abgemeldet hat, wieder Äh Alter, warum? Nummer 23 Hat er so noch nicht aktualisiert Entweder ist er nicht aktualisiert oder hat er sich wieder abgemeldet Wie viele Views stehen denn da? Achso, siehst du ja gar nicht, ne? Ja Weil heute Morgen waren's 1501 Aber ich würde mal sagen, es läuft langsam, es läuft Jo Oh Warum fließen die Lava nicht? Oh Warum die Lava nicht fließt? Hast du überhaupt die Liquiduktu umgedeckt? Was? Du musst sie mit einer Wrench, äh, Wrench da noch umstellen Fick, dann sagst du jetzt jetzt Ja, dann sagst du 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 jetzt